Bin ich menschlich? Ja. Jetzt hätte ich fast gefragt, bin ich ein Mensch? Auch ja. So voll brainer, FK so. 3, 2, 1 Halt's Maul! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Keep Talking and Nobody Explodes. Was war es? Halt? Da steht Press, du Vollspaßdi. Hold the button and refer to releasing a health button. Da steht Press, du Vollspaßdi. Ja, die Baggerarbeiten sind bisher echt mit Abstand längst. Halt habe ich eine Pistole mit dem Schalldämpfer. Ja, kannst du kaufen, wenn er... Nee, das war ein Hammer. Kannst du ja später freischalten, Peter, die Pistolen. Wenn wir dann die anderen... Anderen, anderen, anderen... Anderen Baufirmen aus der Stadt drängen müssen. Ich sehe übrigens absolut behindert geradeaus in der Facecam. Pfff, das ist quasi immer so. Weil der Kopf... Arbeiter einstellen, 2000 im Monat. Wieso kann ich das nicht? Dominik, möchtest du Domi... Alter, du könnt Domi einstellen. Wie geil ist das denn? Ich kann das gar nicht aussuchen. Super schade. Alles klar, Domi. Du bist jetzt unser Hilfsarbeiter. Dankeschön. Ja, ich bin da. Ich sehe auch nicht, wie nah ich an dir bin. Vielleicht lecke ich die Klänge ab. Nee, hier. Komm, komm. Ja, nehmen wir den Controller. Alles klar. Den musst... Peter wird übelst... Wenn der Erster ist, dann raste ich aus. Ich glaube, ich bin 17. oder so geworden. Oder nee, da stand der Platz, glaube ich. Ich raste aus! Du hast keine Straft gekriegt. Ich schieße den weg, gerade durchgefahren. Ich raste aus. Ich bin nicht gerade durchgefahren. Leute, Peter hat den Fehler, Leute, Peter hat den Frontflügel ab. Scheiße. Ich mache mal Platz. Ich fahre nach rechts. Nein, Alter! So ist Platz machen, oder was? Willst du mich verhören? Ich wollte extra von der fucking Linie runter. Alter, ich komme da von innen. Du musst doch gucken, wo ich herkomme. Jetzt ist mein Frontflügel auch ab, Peter. Ähm, macht du eine heilige Scheiße. Etwas, was weh tut. Was ist der Kompli mit Z, verdammt? Ähm, genau. Außer etwas, was doll wehtut. Gabel... 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 Garte her... Alter! Das ist gut. Das ist... Ich glaube, das mit dem Einwort finde ich dumm. Gabel im Arm finde ich super. Was ist denn zu fest in den Punkt? Darf ich mal fragen? Darf ich jetzt mal fragen, was so ganz simpel ist? Ahaha! 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 Dunkel und dunkel! Ahaha! Weißt du, der Frau sucht sich immer irgendwelche Farben aus und setzt dann Plastik aus. Und einfach. Hallo? Gerade war es ein Zwerg aus Plastik. Ahaha! 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 Das ist einfach aus Plastik. Ahaha! Farbe plus 3. Farbe ist auch gut. Farbe ist auch gut. Wie geht's aus? Was ist Plastik? Der ist echt geil! Und ich habe die ganze Zeit überlegt Farbe mit F. Farbe mit F. Farbe mit F. Und da bin ich nur auf freche Lily gekommen und das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Die Vater Peitsche ロ! No겠be! Alles klar! Die Vater Peitsche finde ich auch richtig nice. Violentes Plastik auch so lange. Nein! Oh, oder Rekl. Gore Palmberger, supposedst ich zu schnell einfügen. Vielleicht taubere es ethic zuelchen hin. Das konnte nicht Boah, was ist denn ein Vollsportpflanz? Was ist das denn? Ich dachte so, das ist ein Vollsport-Aufkleiner Ich hab ein V geschrieben Dann dachte ich mir so, wo könnte man drum machen? Voll! Und dann ist Christian so, ich bin so gleich fertig Sportpflanz Keine Ahnung, was da im Kopf passiert ist Orange, das passt dick aus Du ziehst das auch eiskalt durch, wa? War gar ein Spender aus, weißt du, im Happy Meal? Das sehe ich ja jetzt erst Orkologischer Stuhl B Besuchen wollte ich schreiben, aber das hat nicht mehr gereicht Also ganz ehrlich, ich finde der Orkologische Stuhl B Find ich auch irgendwie geil Oh, war der Großmaster raus? Amazing Das ist nicht dein Ernst, guck mal was ich unter Kompliment geschrieben hab WTF, LOL Finde ich ja voll nice Nice heck, LOL Jochen Freilass Jochen Freilass Jochen Freilass Alles klar Bro, das ist cool Ne, von dir Da rechts oben! Du musst den treffen, das ist der Trick dabei. Halt die Schnauze! Nice! Oma, Salz bitte an Tisch 2! Der macht den, den messer ich. Den messer ich. Ne, dann saue ich dir. Ich glaube ich mach die Runde ein bisschen zurück. Nice, der hat ihn gemessert. Mit Ansage. Und ich hab doch 100 HP, obwohl er vor seiner Nase kam. Vor seiner Nase kam es auch. Du bist vor seiner Nase gekommen. Boah, du bist ja scheiße, wa? Hallo! Nicht, aber... Der hat noch 4 HP, 19, 3, 11, so. Wat? Elf. Find die halt nix. Droppen ne Lutscher. Suck, das war n Uhn! Dann kannst du dich mal n Uhn treffen! Das hat zwei Leute durchgemacht. Jawoll! Nein! Oh, die Awe ist da noch. Die ist A außen. A außen. Hey! Ja! Nice, man! Mit Ankündigung. Das erste blaue geht nach A. Äh, das zweite, sorry. Nein. Nicht cutten. Das ist so. Das zweite... Das geht nach B. Ja, der sagte blau. Nein, nach A. Moment, welche Farbe hat das? Das ist... Blau. Welche Farbe hat das? Blau! Das ist zwei zu blau. Das ist blau. Sorry, da hab ich das falsch verstanden. Das war nur eins. Das war nur eins gerade, oder? Ja. Ja. Hahaha! Wir haben die fucking Bombe mal easy peasy weggefickt haben wir sie! Eine Minute, 45 Sekunden noch! Ha! So läuft der Hase nämlich. Ja, ist ja gut. Alles gut, Peter. Ach. Nein, dann nicht Stern. Nein, 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 nein! C nach links, H mit einem Schlaganfall und... E, 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 C, Stern, H. Fuck! Fuck! Das war noch eine Sekunde! Fuck! Okay, wir haben wieder vier Symbole. Ähm, H mit Schlaganfall. Ähm, O mit einem Penis. Stern. Und, äh, linke... E nach links mit zwei Punkten drüber. O mit Penis ist aber auch geil. Ja, ich dachte erst so, was? Bis ich das gecheckt war. Ja, O mit Penis war in der Beschreibung, da hab ich das gecheckt. Wir hatten das immer mit Lucha. Das war immer der Lollipop. Ach, O mit Penis ist das? Ich wusste genau, was Hopper Gicht meint. Fuck! Das ist voll gemeint von euch! Ich bin ein Mensch. Männlich. In Amerika kennt mich jede Sau. Und ich bin wahrscheinlich meins. Aber so genau kann man dann irgendwie nicht sagen. Alles klar. Und in der Nachrichtenserie sitzt man halt immer als eigene Person. Wie Peter Klopp oder so. So, dann gibt's halt... Hahaha! Okay, ja. Stimmt. Also, der sitzt halt in der Nachrichtenserie und ist halt da auch Peter Klopp. Ja, der sitzt da ja nicht und ist dann halt gar an der Hand. Ich glaub, der heißt Klöppel. Ja, auch gut. Boah. Mich kennt aber jede Sau. Als Mann. Hm. Aua heiß. Aber ich bin nicht dadurch bekannt... Ich bin Ronald McDonald. Richtig! Der war jetzt sauschwer. Boah. Der kennt echt jeder. Der hab ich nicht drauf gekommen. Ja, oder? Der kennt doch wirklich jeder. Der kennt echt jeder. Boah, leck mich am Arsch. Das ist natürlich total unfair, wenn man einfach jeder drei Angeln sehen kann. Ja, Fisch! Ich hab Schiff! Ich hab Schiff! Äh, Schiff! Äh, Fisch! Totkrank, DJ. Ja. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen. Zum Glück keine Heiserkeit. Komm jetzt lad doch mal auf da! Ach so, ich bin grad noch... Ich hab noch Spaß. Isolation für die Rohre, meinst du? Oh! Oh! Ups! Ja, beide in der Halle drin. Halt. Aber... Ja, einer... Ey, 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 ey! Einer ist Treppe, 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 legt sich auf die Treppe. Scheiße. Nein, nice! Renn, renn, renn! Nice. Oh! What the fuck? Einfach nur! Ja, was denn? Warum hast du dich durchgeschossen? Ja, weil ich dachte, der ist weg. Chapeau. 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 Da war ganz viel Stress gerade. Ja, weg mich am Hals. Bram, das war einfach nur fucking awesome. Ja, ist sicher lacht. Hehehehe. Hehehehe. Du weißt... Du weißt nicht, wo ich bin. LEU! Ja, genau! Ist klar! Das konnte doch wohl nicht wahr sein! Das war ja... Das kam aber wieder Schichtlin! Ich hab dich gesehen, wie du da rumgelaufen bist. Was hast du denn eigentlich mit dem Benzin-Stand jetzt? Oh scheiße! Das ist 0,11. Ja? Das ist 0,11. Ja? Holy shit! Und heißt das? Ich bin gerade bei der Boxen einfach gegen das Ding gefahren! Und... 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 Yeah! Oh! Mein Controller war ja auch mit dem Kabel angeschlossen. Mal kurz... Erstmal A lang flashen, damit die denken, wir kommen da pro Taktik... Hahahaha! Hahahaha! Mitte, oder? Ich bin für A lang! Komm, Peter, bestehe dir gut! Lieber Zuschauer, sehen Sie jetzt, wie man nicht Counter-Strike GO spielt! Live bei Brammen! Hahahaha! 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 Das war ne Motivation! Hahahaha! Nehmen Sie in ersten Schritt die P90! Hahahaha! Laufen Sie laut durch die Katakomben! Nehmen Sie die Bombe auf! Und waschen Sie einfach! Hahahaha! 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 Wieso hat der Typ sich denn nicht die AWP geholt und die Bombe geschützt? Ja, was ist denn eine Runde? Gewollt! Hör mal, easy, easy! Eeeeeeasy! BAM, JUGE! BAM, JUGE! BAM, JUGE! Der hat sich ne echte Arsch... Leckster ist auch auf B! Ah, okay, dann radierst du halt den aus. Okay, ja. Und dich gleich direkt mit... Dich gleich direkt mit... NEIN! Hahahaha! Hahahaha! Bram, das... Das ist richtig! Das ist genau richtig! Das brauchen Sie sich selber eliminieren! Boah, das ist ja langweilig, wenn schon alle draußen sind, ey! Oh, hör den! Also alle Brams! Alter, wir haben noch 20 Sekunden! 19 Sekunden! Komm, den holen wir noch den Punkt! Nein! Peter wirft! Wirft beschossen! Und nicht mehr auf! Yaaaaaaas! Nice! Ähm... Echt noch gemacht! Boah, das wirkt sich wirklich fast auf die Pfaffel... Verschiedener! Oder auch so! Du hast ihn begattet! Deine LKW fickt den Kleinwagen! Okay, das ging schnell! Das ist wie so ein Rabbit-Konger! Der ist ganz schön schnell fertig geworden! Oh, jaja! Wie? Ich bin immer noch da drauf! Ja, aber bei mir hast du dann gerade auch so geil gezuckt! Die Frage ist, wo ist Bram? Weg! Scheiße, ich... NEIN! Schreib ich! Oh Gott! Wir sind mal da... Ne? Ich hab voll Panik gekriegt auf einmal! Ey, die sind übrigens beide innocent! Scheiße! Na! Peter! Echt jetzt? Boah, Peter! Wow! Alles klar, ich mach dir auch... Ich mach halt das ganze Team, Peter! Ist auch kein Problem! Warte mal, wer ist denn da oben? Bram! Okay! Peter ist... Oh mein Gott! Tot! Okay, let's los! Arthur! Ja, ne... Arthur... Oh fuck! Arthur kann dir auch nicht helfen! Oh fuck! Arthur, oder? Oh fuck! Oh fuck! Was machst du da, Peter? Das war meine Fresse, Arthur! Ja, vor allem stand ich ja rum, also war voll nummig von dir! Oh! 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 Ist da ne Bombe explodiert, Peter? Hast du dich selber nicht gesprengt? Oh! Was? Du willst mir den Schwanz lutschen? Na, alles klar! Wenn du das möchtest, ist das okay! Der hat's wieder gemutet! Ja, Jay muss wieder gemutet! Guck, wir haben jetzt sicher auch schon das Inventariator angeschaut, weißt du? Lalalalalala! What the fuck! Ach so, lol! Hat der den Ingame-Chat benutzt! Ja, wow! Laber selber über den South des Diffusions, weißt du? Echt, was soll der denn? Was soll der denn? Was soll der denn? Was soll der denn? Hörst du das denn? Jetzt geht durch! Er diffused wirklich! Ihr Wichser! Oh, Bombe down! Bombe down auf den Weg! Zu deren Spawn wieder! Easy! Easy! Easy game, Alter! Wer weiß doch, wenn du stirbst, weißt du, er legst dir doch ein Ei! Das weiß doch jeder! Penner-Bung einer! Penner-Bung ist dran! Digga! Nice! Gewonnen! Digga! What the fuck! Easy! Easy! Alter, haben wir das noch geholt! Wie glaubst du ja nicht! Minimaler Carry von, äh... Alter, ich hab noch nie 10 Sterne bei einem gesehen! LOL! Wir haben jetzt Spaß in den Backen! 3, 2, 1! Boah, man hat ne geile Slipstick-Einlage! Boah, die war geil! Oh, da geht's nochmal! Nächste Spring-Ranze! Öh... Spurng-Ranze, Alter! Spurng-Ranze! Wie geile Spurng-Ranze! Was ist das schon wieder für ein Shit, Alter? Alter, Korea! Weg die nächste Ranze! Oh mein Gott, ich hab's... Alter, Peter! Bram, wenn's los! Ja Das sieht doch gut aus Ja Okay, Bram ist drauf Nein Das ist doch Du mieser Slug Looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Kacke Lois Ich hab dich gekebt Ich hab dich gekebt Nein Ich hatte 8 Reifen ganz von Anfang bis Ende 8 Runden durchgehalten 8 Reifen Der Spinnenwagen Das sieht ja schon mega geil aus Und zwar werden wir nicht fluchen Vor mir ist einer stehen geblieben Was ist denn da los? Ey da warst du der erste Flur Peter schluckt sich ins Glas Ich hab gesagt, vor mir ist einer stehen geblieben Was hab ich denn gesagt? Aber fliegen können die Nutz Ach mal um die Welt fliegen Oh, macht er auch Oh 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 Yes Oh, war sein Zug, Alter Nice one Alles klar Jay macht jetzt den Sneaky Bastard Nein Jetzt hab ich geschossen Oh, ich war so dumm Ich hab mich jetzt unter der Brücke gecampt Du hast aber geil den Sneaky Bastard gemacht, muss ich ja mal sagen Oh Gott sei denn kein Bomben Ja, es ist Bomben gefallen Bist du tot? Nein, ich lebe noch Ich möchte mal ganz kurz sagen, ja Freunde der Sonne, ja Ich hab euch mal kurz einen Link geschickt, ja Hahahaha Kindheitsheld Oh Gott Was? Hahahaha Für manche Leute war das bestimmt Kindheitsheld Das ist doch niemals ein Kindheitsheld Für manche war... Hallo Never ever, Digga 1930 war er mit Sicherheit Kindheitsheld für manche Leute Das könnte er mir nicht erzählen Ja, da hast du sogar tatsächlich recht, mein Kühl Das könnte er mir nicht erzählen Hahahaha 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 Ey, Peter Was? Alles klar? Nein! Das war absolut fantastisch, Peter Nein! Wieso bin ich mir das so geil war, Dustin? Das war einfach nur... Das bringt uns noch nix, aber das werde ich später benutzen Äh, ansonsten haben wir tatsächlich diese Standardeinstellung, wie immer Genau, das ist ja abgefahren Hm Was ist das denn? Nicht da... LoL! 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 Shit! What the fuck? Gut, das hat... Besser funktioniert, als ich mir das vorgestellt habe Wow! Hahaha Wie kann ich denn... Wie kann ich denn hier so'n Ding ein... Oh, neeeeein! Oh mein Gott, das wäre super stolz Alter, Peter, was war das denn für ne geile Scheiße? Ich kann mich auch nicht wiederbeleben, nice, Peter Der kommt jetzt... Der ist jetzt am Fenster Hier bei mir Alter, voll OP dein... LoL! Christian! Hahaha Ups, ich dachte das wäre der Gegner Willst du mich verarscht? Hahaha Oh, tut mir leid Ich hätte mich voll erschrocken Als ob das nicht deine Absicht war Ich hab mich voll erschrocken Ich hab mich voll erschrocken, als ich um die Ecke gekommen bin Hahaha Fischkopf Fischkopf Peter Jay Warte... Ich hab dir... Ich bin hier grade ins Tool kommen Ja, ich glaube dir ja Peter hat grade... Peter hat den falschen Kloppen rauf ... und zu Hölle geschickt Jaaah Ich bin hier drin Bram, kannst du dir trauen? Ich guck hier durchs Fenster, ob... ob da droht ist oder nicht Jaaah Da ist jemand gestorben Der ist runtergefallen Der ist gefeuert worden Der hat ihn getötet NICHT IM ERNST ICH HASSE DICH, DU HURE, BRAM Hahaha Das kann ich sein Voll geil Die einzige Runde, der ich nicht als erster hat Denk rein, gib ich natürlich den Traitor Das war natürlich mein Geil Kann ich jetzt dein Ernst sein? Wer hat da... Wer hat da die Glauben werfen? Wer hat da die Insel geworfen? Komm wieder, wer überlebt Okay, wir gucken mal Motherfucker LOL Was ist denn dein? Okay, wer von euch ist jetzt da der Traitor? Okay Peter Peter ist dabei gestorben Ich hab den Fall... ich hab den überlebt In dieser Kurve Mindestens Okay Der Sprint wird knapp Willst du mich verarschen? Hahaha Der Sprint wird knapp Wir sind gerade losgefahren Hahaha Und letztes ist eine Drei Selbes Label wie in Stage 4 Eins Äh, 4 Ja, wir sind explodiert Label, zwei Nice one Hahaha Sorry, Label Ich war bei Position Aber stell dich doch nicht so nummig an Wie bei den bisherigen Malen Bitte immer besser Ja, dann hättest du selber noch wissen können, ja? Ja Ja Blau nach B Blau nach B Kratten Loll Kratten Was? Da waren die 8 Minuten wohl vorbei Wow Ja Easy Game sagst du, ne? Ja Wenn du mit Opa Gicht spielst, hast du auch einfach verloren What? Wieso bin ich denn der dir schon wieder schuld? Da sind einem zu viele Fehler gemacht worden Wow Das darf ich dir nicht versagen Das kann ich wahr sein LOL NEIN Das kann ich wahr sein NIEMAAAAALS DAS Nein hast du nicht Ich hatte erst den letzten gewonnen Was? Ach man Du hast dich ins Ziel gedreht oder was? Konzentrier mich auf Kills! Sorry Oh Snap! Oh Snap Oh Snap Zwei Kills Bleib mich am Arsch, Alder Du bist ja voll der Konzentrator Da! Wenn du bei zwei Kills nicht mehr nicht lesen kannst Das ist ja schon hart Ey Gibt's eigentlich so Camps wo man konzentrieren lernen kann? Boah Peter, der hätte von Jay sein müssen. Oh geil, sie fangen alle in die... LOL, was machen die vor mir? LOL! Wollt ihr mich verarschen? Was war das denn? Ich geh kaputt, man. Das war ich nicht schuld. Null. Da hab ich mich verhakt. Ja, vielleicht war ich da auch wieder etwas zu ambitioniert, aber... Auf Wiedersehen, Frontflügel. Ich will mehr Routen haben. Ja, du kannst ja einen Nahkampf angeln machen. Oh, da hab ich was! Oh, was ist das denn für ein riesen Ding? Leck mich am Arsch! Holy moly, wie schwer bist'n du? 8,7 Kilo, alles klar! Das Angeln würde ja Spaß machen, wenn man was fangen würde. Es ist ja nicht mal so, dass... Wenn man was fangen würde! Es ist ja nicht mal so, dass... Ich hab ja nicht einmal versucht, einen zu fangen. No! Ja eben, das ist es nämlich. Du hast nicht mal versucht, einen zu fangen. Nein, ich konnte nicht. Ich hab nicht mal versucht, einen zu fangen. Und dann hat keiner angebissen. Dann ist das eine Schreckliche. Es hat nicht einer angebissen. Ich hab keine an, wenn ich es nicht versuch... Ach, leck mich da! Ach, leck mich da! Es beißt einfach keiner an, wenn ich es nicht versuch... Oh, da hab ich es nicht mal versucht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt... Hallo! Oh, das ist jetzt schlecht. Auuuch! Aaaaah! 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 Geil, der ist da! Schade! Ich bin so sicher da drin standen! Boah, ich hab nur den ersten Fass gesehen, ey! Aaaaah! Aaaaah! Durch den ersten... Äh, ja! Der ist Traitor! Also da... Bram ist es! Okay! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Danke fürs Zuschauen! Ich hab wohl auch unverdient. Die haben mich gerade abgeschossen, ne? Boah, guck mal! Der zweite hat 21. Nice! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Stütz! Tschüss! Now back up! Ah, ha! Ah! Rain! Tja aaaah! Tja aaaah! S ya! Aaaaah! Alright! O Es hör! Oh, Tja aaaah!